Musik So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs Hier ein kurzes Intro, also, vielleicht werde ich es gleich wieder skippen, also, wir werden jetzt in Online-Modus gehen, wenn es soweit ist Aber vorher gehe ich noch zum Waffenladen, da werde ich mal auskippen Was ist das hier? Will ich überspringen? Lipp Schon so wund, wisst ihr Achso, okay So, hier das nehmen Wir nehmen uns einen schönen Schnelle, den wir auch gekauft haben Ausgesehen, wollte ich gar nicht Ja, bin ich, was ist ein Problem damit? Okay, dann würde ich sagen, bis gleich Leute Hallo und herzlich willkommen zurück Nach dem Cut, oh, das ist das, nice Aber vorher zeige ich euch was, was ich gekauft habe Ich habe gekauft Ähm, die Gumpeln Auch als M16 bekamte, mein scheiß Eifels Und ne Sniper Oh, höchst sogar Und wir checken wieder ein, und dann gibt's noch eine ganze Kat So, das sind wir auch schon wieder, ich hab ein Fixer-Auftrag Kockel sammeln So Oh, was ist das? Du musst ihn finden, hacken, und eine Backdoor installieren Komm, hack den doch Darf ich jetzt hacken? Dankeschön So 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 Jetzt muss ich dir hinterher Was ich eigentlich total scheiße finde Oh, ich hasse das im Auto sogar Jetzt muss ich warten, muss ich Gönn dir Dann schau ich halt Oh 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 Ja Gib ich dir recht Also, er würde zurückfahren vor uns Das wisst er sicher schon Das ist wohl leer Ich glaube er kann Er hat angehalten Sehr gut Er ist zu Fuß Okay Ich muss sagen intención Er ist ein paar kleine Schade, da hat es nicht geklappt, aber... Kriegen wird er mich nicht. Hä? Was ist das für einer? Wie zum Teufel hat der mich jetzt erwischt? Ja, jetzt bin ich aus dem Geil. Okay. Das war schlecht, dann ziehen wir uns gleich wieder beim nächsten Mal. So, da sind wir schon wieder. Ein unserer wichtigsten Ziele ist in der Stadt. Du musst ihn finden, hacken und eine Backdoor installieren. Gut. Da ist das Auto. Jetzt wohne Backdoor standieren, wie gesehen. Du musst mich ja nicht verarschen. Der Pen hat sich einfach ausgelockt. Ja, das ist ja mies. Okay, gut. Dann bis gleich.